Maurizio Gaudino, ma RTS Juadino, ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und jetziger Trainer. Er kam für den SV Waldhof Mannheim, den VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt und den VfL Bochum auf insgesamt 294 Bundesligaspiele. Mit dem VfB wurde er 1992 deutscher Meister. Karriere Gaudino, dessen Eltern aus Italien nach Deutschland einwanderten, lernte das Fußballspielen bei der TSG Rheinau und wechselte 1980 zu Waldhof Mannheim in die B-Jugend. Sein erstes Spiel als Profi bestritt er 1984. Er wechselte 1987 zum VfB Stuttgart, mit dem er 1992 deutscher Meister wurde. 1993 wechselte er zu Eintracht Frankfurt. Nach überzeugenden Leistungen wurde er von Berti Vogtzi erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. 1994 verweigerte er zusammen mit Anthony Yeboah und JJ O'Koch ein Sondertraining bei Jupp Heynckes und das anschließende Bundesligaspiel, was die Suspendierung von Yeboah und Gaudino zur Folge hatte. Nach seiner Suspendierung wurde Gaudino Anfang 1995 für 200.000 Pfund an Manchester City ausgeliehen, dort kam er zu 21 Einsätzen, bei denen er vier Tore erzielte. Nach seiner Rückkehr zur Eintracht wurde er nach einem halben Jahr erneut verliehen, diesmal an CF America Ciudad de Mexico. Noch einmal kehrte er für eine Saison nach Frankfurt zurück und bestritt für die Eintracht, die erstmals abgestiegen war, 32 Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga und erzielte dabei neun Tore. 1997 wechselte er in die Schweiz zum FC Basel. Nach einem Jahr kehrte er in die Bundesliga zurück, er schloss sich für eine Saison dem VfL Bochum an. Er wechselte schließlich 1999 zum türkischen Verein Antalya Spor und erzielte dort bis zu seinem Karriereende im Jahr 2002 sechs Tore in 55 Spielen. Ein Comeback als Spieler hatte Gaudino in der Oberliga Baden-Württemberg bei einem Ligaspiel am 12. August 2005 für den SV Waldhof Mannheim, bei dem er seine Profikarriere begonnen hatte. Zuvor hatte er ein kurzes Gastspiel beim damaligen hessischen Oberligisten Eintracht Wald-Michelbach, allerdings nicht in einem Pflichtspiel. Während seiner Zeit bei Waldhof bestritt er sechs Spiele für die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft, für die er zwei Tore erzielte. Von 1993 bis 1994 bestritt er fünf Länderspiele für die DFB-Auswahl, auch nahm er 1994 an der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA teil. 2005 wurde Gaudino Sportdirektor beim SV Waldhof Mannheim. Nach der Entlassung von Eugen Hach war er dort von November 2004 bis Januar 2005 Interimstrainer. Anfang 2007 heuerte er beim Oberligisten SG Sonnenhof Großsassbach an, bei dem er auch als Betreuer für die Spielerberatungsagentur von Uli Färber tätig war. Heute ist er Sportdirektor beim Oberligisten SSV Reutlingen 05. Persönliches Gaudinos Sohn Gianluca ist ebenfalls Fußballprofi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017